cheerio meine lieben ja mit abenteurer kommt zurück zu kios adventure so da ist auch noch ein speicherpunkt, zwei speicherpunkte auf mal alles klar shinies football mhm da ist noch ein loch das hört sich falsch an ah es geht doch mal da rein hallo ah ok zombie 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 hab ich da oben lagen ja sehr gut ein bisschen pistolen, davon haben wir jetzt aber auch ordentlich gefunden ne achso das ist der gleiche ok das war der gleiche raum geh weg ich weiß wir haben zwar jetzt einiges an kondition aber bedeutet nicht dass wir das jetzt alles aufbrauchen müssen wer weiß was noch auf uns zukommt ne so ich geh mal noch weiter nach oben hä oh ein kleines kaninchen hallo was kann ich nicht sprechen ja kann ich hi im grunde bin ich ein elf der die menschen beschützt nur wo da überall monster sind hoffe ich dass ich den leuten mehr und mehr helfen kann du bist unglaublich komm mit mir ich bin nicht zu ein paar vorräten sowas wie wie munition und first aid das ist doch eine falle ich folge ihm trotzdem mal aber es ist so eine falle das weiß ich der wird uns umbringen der wird uns so umbringen jo ich mag den raum nicht ist das kaninchen wo bist du ah da bist du ja mach nicht so einen scherz und erschreckt mich ist das kaninchen was sei nicht gierig moll ha 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 aua toll ich wusste dass es eine falle ist es kann nur eine falle sein so diesmal ignorieren wir ihn wie alles verschwunden war so alles außer die kleidung war verschwunden von ihr pfff nein nö alter gamepad alles klar hallo hi kio woher hast du meinen namen woher alles leitende charaktere hier im games im spiel sind wir alle kennen dich ist das wirklich ein spiel ja und wir sind charakter in diesem spiel ich bin auch immer ein npc du kannst laufen und reden namen ist eigentlich sehr neidisch auf dich wie kann kämpf einfach weiter das ist ein large monster das ist eating peoples wunderbar und sei vorsichtig hier vor uns gibt es ein riesen monster was menschen frisst das menschen frisst ja gleich vorsichtig ich nehme mal das band aid mit wunderbar habe ich einen schlüssel nein aber ich habe hoffenweise band aids ich glaube die sollte ich sollte ich wohl demnächst mal eins davon auch brauchen wenn wir hi ne lass mal gut sein tschau tschau sehr schön hast du kein hinchen wo du denkst ah freundlich aber die frisst wow naja noch brauche ich ja kein wir sind nur noch rechts gegangen ne gehen wir mal eine runde nach links ach hier sind hier sind auch Toiletten und hier sind noch Durchgänge hallo zombie zombie großer computer hier ach komm da vorne blinkt was oh ähm er okay keine ahnung wie der code ist sehr gut sehr gut müssen den code finden wunderbar ja hier sind wieder die viecher nein mein inventar ist voll ich wusste es es heilt nur 10 tschau genau das sind diese gesichtsfresser viecher oder ah高 geh weg aber wir haben jetzt shotgun ammo das ist du hast lockt du hast lockt Aber wir haben jetzt Shotgun-Ammo. Das ist doch was Wunderbares. Nein. Weg. Böse. Da steht ganz breit Exit. Da würde eine Falle sein. Aber ich will jetzt nicht nur... Ich muss speichern. Shotgun-Ammo. Nein, mein Inventor steht immer noch voll, ey. Ja, hier dann. Ja, ja, dann kommen jetzt diese anderen... Dann kommen diese Riesen-Fücher wieder, ne? Nee? Ich weiß jetzt auch mal nur, dass diese Riesen-Fücher kommen. Hi. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach einem Ort, wo wir speichern können. Und vielleicht auch noch mal so eine Kiste finden. Das ist kein Speicherpunkt hier, ne? Nein. Shit. Kein Speicherpunkt für uns. Oh, Alter. Jetzt... Wow. Nicht... Aber jetzt nicht... Hallo? Wir brauchen eine ID-Karte, alles klar. Alter, da geht das Licht einfach raus. Das ist ein Dachschaden, Leute. Ernsthaft. Hm. Naja, hier war das Buch gewesen. Da können wir jetzt nicht mehr mit anfangen. Ich würde auch gerne eine Kiste finden, weil wir haben jetzt die zwei zerrissenen Stücke Dingsbums. Da. So. Ich packe mal, packe ich das weg? Tschau. Gut. Dann... Items. Combine. Nein. Nothing happened. Ah, 54. Okay. 5, 4, 1, 6, 9. 5, 4, 1, 6, 9. Gut. Gucken wir mal nach. 5, 4, 1, 6, 9. 5, 4, 1, 6, 9. Ja. Hi. 5, 4, 1, 6, 9. Ja. So. 5, 4, 1, 6, 9. Ja. So. 5, 4, 1, 6, 9. Ab zum Riesenmonster. Ich speichere unten nochmal. Ich glaube, jetzt hier an der Treppe war ja ein Speicherpunkt gewesen, ne? Oder auch nicht. Bleib mal hoffen und gucken, ob hier irgendwo ein Speicherpunkt ist. Oh, bitte. Äh. Miau. Speicherpunkt. Ja. Ja, da ist einer. Sehr gut. Äh. Machen wir mal hier. Classroom B. Nein. Lauf doch. Der Charakter hat grad nicht reagiert. Och, Mann. Arsch hier, ey. So. Äh. Da. Ich glaube... Richtig. Wenn da gleich ein Riesenmonster kommt, was einen frisst, dann... Wollen wir auch bereit sein, ne? Wollen wir auch bereit sein, ne? Okay. Da habe ich jetzt zehn Pistolen... Ich meine, Pistolen-Munitionen hatten wir sowieso ordentlich. Also von daher. Ein Musikraum. Wollen wir mal aufschreiben. Okay. 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 So. So. Fünf. C gleich neun. D gleich... Ist das sieben? Ja, ne? Sieben. E ist gleich vier. Und F ist gleich eins. Und da steht fünf, sieben, sieben, eins, vier, ne? Ah, da fing Gi, ne? Guck mal, Gi ist da oben gar nicht. Okay. Ähm. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier sind aber nur sieben. Neun gibt's ja gar nicht. Eins... Sieben gibt's auch nicht. A, B, C, D, E, F, G... A, B, C, D, E, F, G... Ich geh mal kurz weiter. Das macht für mich jetzt grad so... Aber das macht mich jetzt kirre. A, B, C, D, E, F... Ah, es gibt keine zwei danach. Okay, es sind vier nur. So? Hm. Hm, 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 hm. Ich hab keine Ahnung. Also wenn wir... A, B, C, D, E, F... A, B, C, D, E, F... Ja, ist das... A... Und zurück auf A... Dann... E... I, B, D, E, F, C... Ich hab keine Ahnung. Aber freundlich könnt ihr mal die Folge hier kurz benden und ein bisschen rumprobieren. Ihr schmeißt noch mal auf das Video Denkt daran zu abonnieren Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder Bis dahin Bye Bye Bis dahin